Hast du Hunger? Nur dann. Ich auch. Heißt das jetzt, ich muss kochen, oder was? Ich bin offen für jede Lösung dieses Problems. Nur dann bestell was. Auf keinen Fall. Warum? Sag mir, warum fällt es dem Lieferdienst so schwer, ich liebe dich auch zu sagen? No. Baja, du könntest doch füllen. Ich hasse kochen. Und ich nicht. Du kannst gar nicht hassen. Wie kommst du da drauf? Nur weil du an Jesus glaubst. Nur? Nur was würde Jesus von dir denken, wenn er erfährt, dass du mit vollem Hass kochst? Das gleiche wie von dir auch. Das ist Schwachsinn. Warum? Nur weil ich nicht an Jesus glaube. Was? No. Heißt das jetzt, ich muss kochen, damit Jesus stolz auf mich ist? Nein, du kochst, weil du es liebst zu kochen. Würdest du es nicht lieben, dann würdest du auch nicht kochen. Dann, ich hasse es auch zu putzen. Trotzdem putze ich. Weg.